Hallo Leute, willkommen im Regie-Raum meines weltberühmten Mach-Me-Hall-Studios hier in Bremen-Versenfeld. Heute hört ihr einen Ausschnitt aus einem Song einer kleinen Rock'n'Roll-Band aus dem schönen Los Angeles, USA. Ganz genau, es ist das Lied Marie Marie von den Blasters. Mit diesem Song ging die ganze plattdeutsche Rock'n'Roll-Geschichte überhaupt bei mir erst los. Ich spielte damals bei den Black Slacks in Wilhelmshaven und irgendwie kam mir dieser Song in den Sinn. Ich hatte ein paar Zeilen übersetzt, meine gute Freundin Birgit Lemmermann schrieb den Rest und als wir den Titel dann mit den Slacks spielten, gab es immer verwunderte Blicke, dass Platt und Rock'n'Roll so gut zusammenpassen. Yo, dat passt. Das hören wir uns jetzt mal an. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020